Hallo zusammen und willkommen auf meinem kleinen Kanal. Ich wurde gefragt, ob ich nicht ein bisschen was zu Professor Van Dusen erzählen könnte, denn es kennt ihn nicht jeder. Also habe ich mir gedacht, okay, probieren wir es mal, machen wir ein Nachtragsvideo und zwar zu Professor Van Dusen und ein bisschen Hintergrundgeschichte. So, da müssen wir jetzt ein bisschen tippen hier und ich brauche eine Brille. Also Professor Van Dusen, genau genommen Professor Dr. 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 Augustus Van Dusen ist ein der Wissenschaft verpflichteter Wissenschaftler, das ist eine blöde Formulierung, aber egal, der um so um 1900 seine Abenteuer erlebt, zusammen mit Hutchinson Hatch, dem rasenden Reporter, Faktotum und auch Freund, der eigentlich als Journalist beim Daily New Yorker arbeitet, aber irgendwann mal auf Professor Van Dusen getroffen ist und seitdem sind sie zusammen. Man könnte die beiden so ein bisschen als Holmes und Watson bezeichnen, wobei die Gegebenheiten natürlich völlig anders sind. Professor Van Dusen ist sehr von sich überzeugt, also wirklich sehr, weiß alles, kann alles, tritt niemals fehl, obwohl ihm das ab und zu dann doch mal passiert, aber nur kurzfristig. Ansonsten ist er einfach ein Genie auf allen Lebenslagen und er ist auch durchaus in der Lage, zwei, drei Bücher innerhalb von wenigen Stunden durchzuackern, wenn Hutchinson Hatch ihn mal dabei erwischt, dass er irgendwas an Literatur nicht kennt. Ist hier in der Ausgabe 21 ist das ja auch passiert. Gesprochen wurde Professor Van Dusen von Friedrich W. Bauschulte und zwar genial. Einfach göttlich, der Mann. Hutchinson Hatch wurde von Klaus Herm gesprochen und er hatte ja diese berühmt-berüchtigte Schnodderschnauze am Kopf, die mir wirklich gut gefallen hat. Achso, und Professor Van Dusen wird auch immer mal gerne die Denkmaschine genannt. Und was er nicht mag, ist als Hobbydetektiv bezeichnet zu werden. Da kann er wirklich dann richtig eklig werden und sagen so, also ne, würde ich jetzt nicht wiedergeben, aber da kann er schon mal richtig fuchsig werden. Das mag er also gar nicht. Die ersten Geschichten basierten noch auf dem Original von Jacques Futrell, aber danach, die Kurzgeschichten hat er geschrieben, so fünf oder sechs. Daran hatte sich Michael Koser, der Autor, orientiert, aber danach hat er dann alles selbst geschrieben und zwar 79 Folgen. Die liefen von 1978 bis 1999. So, Michael Koser ist auch bekannt für die unglaublich geniale Science-Fiction-Serie Der letzte Detektiv, von der es auch 40 Folgen gibt. Insgesamt hatte in 30 Jahren, der Herr Koser, 150 Hörspiele geschrieben und daneben noch Bücher und alles Mögliche. Im Oktober 2019 entschied er dann, dass er für die Neuauflagen, die es seit einiger Zeit gibt, dann doch nicht mehr zur Verfügung stehen würde, weil mir ist klar geworden, dass meine Zeit durch mein Alter bedingt begrenzt ist und ich es vorziehen würde, sie für meine, mir mehr am Herzen liegenden Interessen zu nutzen. Hat der gute Mann auch recht. Es gibt auch zwei schöne Seiten, eine Wiki-Seite und die offizielle Homepage, die verlinke ich euch unten. Und zur eigentlichen Rezension versuche ich mal hier oben diese Infosache einzustellen, weil da habe ich bisher noch gar keine Ahnung. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit den Professor Van Dusen-Hörspielen und wenn ihr könnt, hört euch die alten auch mal an. Die sind klasse. In diesem Sinne, Ohio Gosermas, euer Saatch.